Am 18. Oktober 2019 eröffnete der Steinfotofotograf Emeka Bobanji seine Fotoausstellung über seine Heimatstadt Lagos in Nigeria. Seine Fotos stellen das alltägliche Leben in der Millionenstadt dar. Herr Bob Anieji eröffnete die Ausstellung mit einer kurzen Rede über sein Ziel der Darstellung von Lagos anhand von Fotos und unterhielt sich anschließend mit den Gästen. Wir haben ihn zu der Aussage hinter seinen Bildern gefragt. Es geht darum, dass man an den Facetten von Lagos, also in den Fotos gibt, zum größten Teil in Lagos. Und ich möchte einfach zeigen, dass in Lagos gibt es nicht nur Armut, es gibt auch zum Teil Wohlhaben und Leute, die auch glücklich sind. Das heißt, dass Lagos pulsierend ist und auch voll in die Wut. Jedes Foto hat seine eigene Geschichte. Eines ist Emeka Bobanji jedoch vom Aufwand her ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Genau, das Foto, das heißt Slum Tourismus. Das war sehr aufwendig. Ich war im Kenu, in so einem Kanu und das Foto musste ich auf dem Wasser nehmen, weil die Frau war, sie hat Sachen da verkauft und dann hatte ich Angst, dass mein Kammer irgendwann ins Wasser fällt. Aber das Foto ist gut geworden. Die Bilder werden noch bis zum 14. November 2019 im Bennohaus zu sehen sein. Die Bilder werden noch bis zum 14. November 2019 im Bennohaus zu sehen.